Guten Morgen, schön, dass so viele noch hier ganz am Ende der Tagung geblieben sind. Mein Name ist David Bibby, ich bin Referent für digitale Archäologie am Landesamt für Denkmalpflege in Baden-Württemberg. Ich bin weder Geodät noch Kartograf noch Geograf, ich bitte das im Folgenden zu berücksichtigen. Aber ich will die Zeit nicht mit langen Einleitungen vergeuden. Ich steige gleich mal ein, es ist unübersehbar, also Survey to GIS ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, der Firma CS GIS in München, der José Canelio ist hier im Raum und auch von Benjamin Ducca hier in Berlin. Survey to GIS ermöglicht den einfachen Transfer von Messdaten aus beispielsweise Tachymeter oder GPS in voll attributierte Shapes. Survey to GIS existiert als eigenständiges Programm, um Shapes für jedes GIS zu erzeugen, aber auch besonders komfortabel und bequem als Plug-in für GVSIG CE. Und auf diesem Workflow werde ich mich jetzt im Folgenden konzentrieren. Wenn wir GVSIG CE aufrufen, haben wir schon gleich in der Leiste hier oben den Icon von Survey to GIS. Wir rufen Survey to GIS einfach auf und haben eine Maske, die verschiedene Inputs natürlich erwartet. Zum einen eine Messdatei, eine Vermessungsdatei, ich mache es ein bisschen größer, dass wir das sehen können hier, eine Vermessungsdatei und auch ein Parser. Das ist im Grunde genommen das Konzept von Survey to GIS, dieser Paarung zwischen Vermessungsdatei und Parser. Wir sehen jetzt links ein Vermessungsdatei. Survey to GIS erwartet eine Datei mit einer Messung pro Zeile, mit einer Kodierung vorne dran und den Koordinaten weiter rechts. Wie genau die Gestaltung von dieser Vermessungsdatei aussieht, das ist nicht so wichtig. Es muss nur eine Messung pro Zeile sein, weil diese Vermessungsdatei wird von dem Parser für das Programm interpretiert. Was natürlich heißt, dass wir verschiedene Vermessungsdateien haben können für verschiedene Aufgaben, solange wir den entsprechenden Parser dafür haben. Ich gehe ganz kurz durch den Parser durch, weil es ist wichtig, dass Sie das, was Sie da sehr einfach ist, ohne weiteres können, verstehen. Wir benutzen Geotags für lineare Objekte, um zu bestimmen, ob sie als Linien bleiben oder als Polygone geschlossen werden. Hier haben wir das. Wir bestimmen, dass die Koordinaten tatsächlich die Koordinaten sind. Und dann gehen wir einfach von links nach rechts durch die Felder. Wir haben jetzt hier ein Indexfeld, jetzt ein Integer, das wäre dieses Feld hier. Es ist unzweideutig und der Trenner zum nächsten Feld ist ein Leerschritt. Dann haben wir das nächste Feld. Wir bestimmen es als Planum, ist auch ein Integer. Und der Trenner zum nächsten Feld ist ein Unterstrich. Und so weiter. Bis wir hier, dieser Format hier ist tatsächlich das alte, recht älter 500-Format. Nur, dass Sie das wissen. Wir haben zum Beispiel Sachen, die wir nicht brauchen, aber die mit der Datei rüberkommen aus dem Tachymeter. Zum Beispiel hier den X-Label. beinhaltet einfach X, das wäre hier. Es ist ein nutzloses Feld und es wird beim Prozessieren ignoriert. Und so weiter eine ganz einfache Syntax, um einfach diese Messdatei für das Programm zu interpretieren. Wir brauchen natürlich ganz normale andere Fahrtangaben. Also wo sollen die Shapes hin, wie sollen die Shapes heißen. Und wenn wir wollen, können wir auch eine Protokolldatei anlegen, die einfach diesen Vorgang misst. Und wenn wir auf Ausführen gehen, dann kriegen wir einfach dieses Protokoll und können, machen wir das mal ein bisschen kleiner, können Survey2GIS gleich zumachen. Kriegen dann eine Zwischenmaske in GVSIG. die uns fragt, welche von den erzeugten Shapes wir in den View einladen wollen. Wir wollen in diesem Fall alle. Und wie es heißen sollte, beziehungsweise ob es schon da ist. Und ganz wichtig, wir können auf hinterlegte Symbologie-Bibliotheke zurückgreifen. Also in unserem Fall in der Archäologie haben wir so standardisierte Symbole für verschiedene Funde, für verschiedene Linien und Polygon-Sorten. Die können wir hinterlegen, dass die automatisch mitgeladen werden. Machen wir. Und für die Datei, die ich Ihnen eben vorher gezeigt habe, das ist, gebe ich so eine synthetische Datei, die einfach mal alle Möglichkeiten für unser System in Baden-Württemberg zeigt, kriegen wir dann so relativ automatisch und eben, wie gesagt, für Nicht-Geodäten, für Nicht-GIS-Spezialisten, für Archäologen eine Grabungszeichnung, Minimum gesehen, eine Grabungs-GIS. Zoomen wir ein bisschen rein hier in diesen Bereich, zu diesem Stück Ziegel, diesem spannenden Stück Ziegel hier. Dann schauen wir die Attributentabelle an. Und wir sehen hier verschiedene Sachen, die wir eigentlich schon erkennen. Wenn wir die ursprüngliche Vermessungsdatei auch da abrufen, dann sehen wir, die Verbindung, wir sehen, was passiert ist hier, dass diese Felder hier, Indexfeld 288, wie es bestimmt wird in dem Parser, der nächste Feld in der Attributentabelle ist das Planum, es heißt auch Ziegel, es hat einen Fundsettel mit der Fundsettelnummer 125. So wie wir hier mit der Parser sehen. Index, 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 Planum, 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 Typ, 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 hier. So, im Grunde genommen von der GUI-Seite und von der Parser-Seite, das ist das, was Survey to GIS als Basis macht. Wir können aber ein weiteres Beispiel anschauen. Hier ein Stück Keramik, noch interessanter als das Stück Ziegel. Wir haben eine andere Codierung mit einer leicht anderen Parser. Hier haben wir KEWSFZ. Und wenn wir jetzt hier anschauen, haben wir aber eine abweigende Attribut-Tabelle. Wir sind in der Lage mit Survey to GIS, mit dem Parser, zum Beispiel jetzt hier, das ist eine Grabungsnummer, so eine Grabungsordnungsnummer, die wir da eingetragen haben. Wir können in Survey to GIS sogenannte Pseudo-Felder auch mit ein-editieren, am Anfang einmal hinein-editieren. Und diese Felder werden dann für jede Zeile, die prozessiert wird, mit integriert. Auch Grabungsname. Und wir können auch, wir haben auch ein anderer Komfort, eine andere Utility, wo wir jetzt hier, wir sehen hier unten, die Codierung KE für Keramik kommt in die Attribut-Tabelle tatsächlich als Keramik hier raus. Wir haben die Möglichkeit, Tessauri in dem Parser einmal für ein bestimmtes Projekt, für eine bestimmte Grabung, einmal hinein-editieren und die Kurzel, die wir im Felder eingeben, in das Vermessungsgerät, werden dann expandiert zu echten Begriffen. Also auch hier Wandscherbe. Was wir auch hier, was sehr interessant ist für uns, ist, dass wir über den Eintrag von der Grabungsnummer für dieses eine Projekt einmal können wir für jedes einzelne Objekt, dass wir auch diese Ausgrabung oder auch dieses Projekt, es muss nicht eine Ausgrabung sein, es muss nicht mal archäologisch sein, können wir eine unzweideutige Benenne für diesen Fund, Befund Objekt kriegen. Die Kombination von der Grabungsnummer in unserem Fall und die tatsächliche Fundnummer auf dieser Grabung erzeugt wie gesagt einen unzweideutigen Identifikator für uns. Ein weiteres Beispiel, Bodensee, Pfahlbauarchäologie, es ist kalt, es ist nass, man will da jetzt nicht mit langen Kodierungen sich aufhalten, man will so einfach Pfahlfelder aufnehmen, mit einer ganz einfachen hier, also für die Sie sich da auskennen, unverkennbar, der Nordüfer vom Bodensee, hier die Insel Reichenau, hier die Insel Mainau, und hier eine ganz einfache Vermessungsdatei, tatsächlich mit gekürzten Koordinaten diesmal, und einfach eine ganz, ganz einfache Kodierung, Pfosten, in diesem Fall 14 bis 39, aber nach oben von 1 bis 200. Wir haben hier eine Spezial-Pase gebaut, mit Vorgaben vom Dendrochronologischen Labor in Hemmenhofen, in der Feuchtbodenarchäologie-Centrum am Bodensee. Wir prozessieren durch, und hier ist unser Pfahlfeld, sogenannte Frauenpfahl am Hörnle in Konstanz. Zoomen wir ein bisschen rein, da mitten im Bodensee, und wir sehen auch hier, dass wir tatsächliche komplette Gauss-Krüger-Koordinaten, in diesem Fall in Streife 3, bekommen haben, obwohl wir in der ursprünglichen Datei nur gekürzte Koordinaten hatten. Wir haben uns bisher nur mit diesen Basic, diesen ganz normalen Input-Sachen in Survey.toGIS beschäftigt, wir haben aber auch die fortgeschrittenen Einstellungen, und hier können wir die Koordinaten-Offsets einmal einprogrammieren, dass wir dann die richtigen Werte kriegen. Wir sehen auch, dass wir sehr, sehr viele Felder, die für die Dendrochronologie interessant sind, jetzt quasi automatisch in die Attributtabelle haben, dass diese Datei, diese Shape, direkt, nahtlos, Workflow-mäßig an den Dendrolabor übergeben werden kann. Ups, so viel Zeit muss sein, da haben wir die ursprüngliche Messdatei wieder, und hier den Parse, die jede Menge Pseudofelder mit drin hat, die von der Dendrochronologie vorgegeben würden, dass man dann einfach mal damit weiter arbeiten kann. was schon hier teilweise erfolgt ist, wir sehen, dass durch die Symbology eine Dendro-Symbology jetzt hinterlegt ist, dass einige Fehler als Eiche bestimmt worden sind, wir können einfach mal eine jetzt hier gucken, wir sehen, dass die Dendro-Leute schon angefangen haben, ein Holzbefund damit zu geben, die haben die Metrik hier schon eingetragen, das sehen wir an diesem schwarzen hier natürlich selektiert, aber den schwarzen Punkt, schwarzen runden Punkt, das ist ein Kerkus, das ist Eiche ist, das ist 17 Ringe hat, das ist beprobt worden ist, leider ist es ausgetrocknet, das sollte nicht passieren, aber so, das waren relativ kleine Dateien, ich habe jetzt hier eine größere Datei, einfach mal auszuprobieren, eine Datei, die über 12.000 Zeilen beinhaltet, einfach mal die Leistungsfähigkeit von Survey Turgis zu erfahren, habe ich aber noch nicht gefunden. Das ist dann das Ergebnis einer Stadtkern- Ausgrabung in Ulm an der Donau, hiermit, das sind Icons für Blei, also Metallverarbeitung und natürlich für uns, für Sie nicht als Geodäten, als GIS-Experten, aber für uns als Archäologen ist es natürlich sehr spannend, dass wir Filtermöglichkeiten haben, um bestimmte Fundsorten oder bestimmte Positionsinformationen zu bekommen. Also hier würde ich einfach auf die Grabungsebene Filtern, dass wir sehen, alles, was wir auf der ersten Ebene ausgegraben, alles, was wir auf der zweiten Ebene und alles, was wir auf der dritten Ebene ausgegraben haben. Natürlich kompliziertere Filter sind möglich, da sind alle drei zusammen. Ich möchte nicht verschweigen, das ist auch inzwischen ein DXF-Export aus Survey2GIS gibt, nicht, weil wir das unbedingt wollten, aber ich sage es due to popular demand, also das war wirklich gewollt von vielen Leuten. Wir prozessieren genauso, wie ich Ihnen vorher geschildert habe, nur wir ändern das Output-Format zu DXF und kriegen eben von dieser gleichen Beispiel-Datei, die ich am Anfang gezeigt habe, eine DXF-Zeichnung daraus, wo die Spalten der Attribut-Tabelle hier als einzelne Layers in den CAD erscheinen. zum Beispiel hier haben wir Planum, Planum, Typ, Typ, Zusatz, Zusatz und so weiter. Wenn ich zum Beispiel Zusatz jetzt anschalte und zoome rein, ich habe natürlich keine Icons, keine Symbology in dem CAD, aber ich kann zumindest meine Keramik, meine Münze, mein Blei, mein Silex, meine Knochen über die Textkurzeln identifizieren. Also die DXF-Export gibt es, es ist da und wird nicht weiterentwickelt, aber wir wollen weiterhin bei GIS bleiben, aber wie gesagt, es existiert und funktioniert sehr gut. Also irgendwas, was Archäologen sehr mögen, sind Profile, Anaufsichten, Schnitter durch Erde, es ist auch möglich mit Survey to GIS, mit dem Paser das Programm oder sagen wir mal GIS zu überlisten und GIS zu missbrauchen, um diese senkrechte Schnitte auch darzustellen. Hier einfach so ein Fenster, was ich jetzt vor ein paar Wochen mit Tachymeter aufgemerkt habe von unserer Hauptstelle in Esslingen vom Landesamt für Denkmalpflege in Baden-Württemberg. Das ist eigentlich sehr, sehr logisch und einfach das Einzige, was wir machen müssen in unserer Pause ist sagen, dass die Z-Koordinate keine Z-Koordinate ist, sondern eine Y-Koordinate. Und hier können wir die absolute Höhe von dem Profil kriegen, indem wir bei der Y-Koordinate eine absolute Höhe eingeben können. Ja, damit bin ich diesem schnellen Ritt durch Survey2GIS zu Ende. Ich möchte aufmerksam machen auf diese beiden Internetadressen. Survey2GIS ist ein SurveyTools downloaden und das Basisprogramm GVSIG.CE kann man über csgis.de bekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke für den Vortrag und die Punktlandung von der Zeit her. Sehr gut eingehalten. Gibt es Fragen dazu? Gibt es oben? Vielen Dank für den interessanten Einblick. Können Sie bitte noch mal erläutern, wie Sie die Linien und Polygone generieren und ob Parse auch unabhängig von GVSIG Shape-Dateien generieren? Also die Frage zuerst, Survey2GIS existiert sowohl als Plugin tief in GVSIG, aber auch als eigenständiges EXE oder als auch Linux-fähiges Programm. Auch, sodass Sie egal in welchem GIS-Bert arbeiten, können Sie mit dem Parse-Konzept und Survey2GIS arbeiten. Das Zweite war, wie ich die Polygon und Linien erzeuge. Wir, also gehe ich jetzt einfach mal ganz am Anfang zurück, oder habe ich noch mal auf? Hier, ja. So, die Vermessungs- Werte werden, wie gesagt, XYZ, also diese, die müssen nicht unbedingt da sein, aber ich erwarte zwei oder drei dimensionale Punkte mit einer Codierung, die eben für die Symbology nützlich ist hier. Ich habe auch gesehen, dass um die Objekte zu halten, dass wir Geotags benutzen, auf einem bestimmten Feld. Das Feld, das wäre hier ein Geotag für ein Polygon, ist ein Ad, wie vom E-Mail und ein Geotag für eine Linie ist hier in unserem Fall ein Dollar. Das sind einfach so Sachen, die in dem Tachimeter oder in dem GPS sind oder was immer. Auch Freikonfigurator, ich kann irgendwas nehmen, was mir gefällt. Ich muss dann nur bestimmen, wo diese Tags sich finden, hier haben wir, das Tagfeld hier ist das Feld Zusatz, und hier sehen wir zum Beispiel eine Zahl von oder eine Menge von 13 Messungen, die zu einem Polygon am Ende dann geschlossen werden, weil die letzte Messung in diesem Zusatzfeld den Geotag bekommt. Bitte? Wir müssen die untereinander nacheinander einsortieren. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Wenn man eine Straße misst, läuft man nicht eine Kante hoch und dann die andere Kante wieder runter, sondern Profil also durch das zu sagen. Um ein Polygon zu erzeugen, müssen die alle nacheinander sein. Aber es gibt auch nicht nur, wir haben jetzt hier den Saging-Modus End eingetragen, ich kann einen Modus machen, wo ich nur Punkte messe. Oder ich kann am Ende der Messung dieses Objekts entscheide ich mich, ist das eine Linie oder ist das ein Polygon. Ich kann es aber sagen, mit dem Tagging-Modus Minimum, glaube ich, heißt das, jetzt kommt die Linie. Ich kann das von vornherein einbestehen. Insofern, es gibt diese Flexibilität darin. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, mich würde interessieren, wie ist die Zeitersparnis dabei? Das scheint ja zum Konvertieren eine Minute zu brauchen überhaupt. Können Sie uns mal so eine Zahl geben, wie lange man brauchen würde, wenn man es mit der Hand digitalisieren würde? oder eintragen würde? Also, in Baden-Württemberg und in vielen anderen Landesämtern für Archäologie arbeitet man mit Tachymeter vor Ort. Man arbeitet viel in CAD und gibt es auch CAD-Routinen, die die Linien verbinden und die Symbology machen. Wenn man so arbeitet, digitalisieren meinen Sie, wenn Sie zum Beispiel so ein Bitmap oder so was als Unterlage haben und dann Zeitersparnis ist erheblich, erheblich, weil ich einmal im Grunde genommen mit dem Server-DGIS die zwei Einstellungen machen, also Parse und Vermessungsdatei und drücke auf den Knopf. Also es ist so, dass wenn ich eine Parse immer zu meinen Schäden benutze, kann ich das auch speichern, einfach abrufen und auf den Knopf drücken und dann habe ich meine fertige Zeichnung. Ich muss tatsächlich nicht rumgehen und alles verbinden und nicht Prozentsatz, aber erheblich, erheblich. Und ich habe auch wenn ich einmal eine Symbology-Bibliothek angelegt habe, die woher ich zurückgreifen kann, habe ich Musik-Symbology auch nicht bei Anmachen. Wenn es das an Fragen war, das scheint zu sein, würde ich Sie jetzt erst mal Dank für den Vortrag. Danke.